Die Rückkehr der Titanen Linkin Park live in Hamburg Es war ein Abend, den niemand so schnell vergessen würde. Die Luft war geladen mit Vorfreude und Spannung. Die Barclays Arena vibrierte vor Erwartung. Linkin Park war zurück. Hamburg tobte vor Begeisterung. Fans aus ganz Deutschland und darüber hinaus hatten sich versammelt, um ihre Idole live zu erleben. Das war nicht nur ein Konzert. Es war eine Wiederauferstehung. Die Band, die einst die Rockwelt revolutionierte, stand wieder auf der Bühne. Die Lichter flackerten, die Musik begann und die Menge explodierte in Jubel. Jahre der Stille waren vorbei. Die Scheinwerfer erstrahlten. Die Bühne war bereit für eine unvergessliche Nacht. Die Fans konnten es kaum erwarten, ihre Lieblingssongs live zu hören. Die Menge hielt den Atem an. Ein neues Kapitel begann. Jeder Moment war magisch, jeder Song ein Hit. Die Fans sangen mit, tanzten und feierten die Rückkehr ihrer Helden. Mike Shinoda trat nach vorne. Er begrüßte die Menge. Der Jubel war ohrenbetäubend. Die Band war zu Hause. Es war ein emotionaler Moment für alle Anwesenden. Dieses einzige Deutschlandkonzert war ein Statement. Es zeigte, dass Linkin Park immer noch eine der größten Bands der Welt war. Die Fans waren dankbar und zeigten ihre Liebe mit deutschen Fahnen und lautem Jubel. Linkin Park war zurück in Europa. Die Band hatte eine besondere Verbindung zu ihren europäischen Fans und das Konzert in Hamburg war der Beweis dafür. Die Energie war unbeschreiblich. Sie waren bereit, die Verbindung wiederherzustellen. Die Energie war elektrisierend. Jeder Song, jede Note, jede Bewegung auf der Bühne war perfekt. Die Fans sprangen, tanzten und sangen mit. Es war eine Nacht, die in die Geschichte eingehen würde. Emily Armstrong. Eine neue Stimme. Eine neue Ära. Die Bühne war ihr Zuhause und heute Abend war keine Ausnahme. Alle Augen richteten sich auf Emily Armstrong. Die Spannung war greifbar, die Erwartungen hoch. Die neue Liedsängerin. Eine gewaltige Aufgabe lag vor ihr. Sie wusste, dass sie in große Fußstapfen treten würde. Die Lücke zu füllen, die Chester Bennington hinterlassen hatte, war keine leichte Aufgabe. Chester war eine Legende und seine Abwesenheit wurde tief empfunden. Sie holte tief Luft. Die Musik begann. Jeder Ton, jede Note war entscheidend. Ihre Stimme erhob sich. Die Menge explodierte. Armstrong beherrschte die Bühne. Ihre Präsenz war elektrisierend. Ihre Kraft war unbestreitbar. Ihre Leidenschaft ansteckend. Die Fans spürten jede Emotion, die sie vermittelte. Sie war bereit. Das war ihr Moment. Jeder Blick, jede Bewegung zeigte ihre Entschlossenheit. Ihr Debüt in Deutschland. Eine neue Stimme für eine legendäre Band. Die deutsche Menge begrüßte sie mit offenen Armen. Eine neue Ära für Linkin Park. Gemeinsam schufen sie Magie auf der Bühne. Eine Symbiose aus Vergangenheit und Zukunft. Echos der Vergangenheit. Flüstern der Zukunft. Die Setlist. Eine Reise durch die Zeit, die die Essenz der Band einfängt. Die Setlist war eine sorgfältig zusammengestellte Reise. Jeder Song ein Kapitel, das die Geschichte der Band erzählt. Eine Mischung aus Alt und Neu. Klassiker, die die Fans seit Jahren lieben. Und neue Tracks, die die Zukunft der Band repräsentieren. Ein Blick zurück, ein Blick nach vorn. Die Vergangenheit und die Zukunft verschmelzen in jedem Akkord, jeder Note. Klassiker halten durch die Arena. Songs wie In The End und Num brachten die Menge zum Toben. In The End, Num, Somewhere I Belong. Diese Lieder sind mehr als nur Musik. Sie sind Hymnen einer Generation. Die Menge sang jedes Wort mit. Jeder Refrain, jede Strophe wurde von den Fans mit Leidenschaft mitgesungen. Neue Tracks von From Zero feierten Premiere. Die Band präsentierte ihre neuesten Kreationen mit Begeisterung. The Emptiness Machine pulsierte vor Energie. Die neuen Songs brachten frischen Wind in die Setlist. Die Menge begrüßte den frischen Sound. Die Reaktionen waren überwältigend. Die Fans tanzten und jubelten. Die Band würdigte ihre Geschichte. Eine Reise, die sie zu dem gemacht hat, was sie heute sind. Sie begrüßten aber auch ihre Weiterentwicklung. Jeder neue Song ein Beweis für ihr Wachstum und ihre Kreativität. Die Setlist war ein Beweis für ihre Widerstandsfähigkeit. Eine Hommage an ihre Vergangenheit und ein Versprechen für die Zukunft. Veränderung annehmen. Die neue Garde willkommen heißen. Emily Armstrong war nicht das einzige neue Gesicht. Colin Britton stieß am Schlagzeug dazu. Die Band begrüßte ihre neuen Mitglieder. Die Reaktion der Menge war unmittelbar. Akzeptanz. Begeisterung. Die Bereitschaft, die Veränderung anzunehmen. Armstrong und Britton integrierten sich nahtlos. Ihre Energie belebte die Band. Ihr Talent strahlte hell. Die neue Besetzung fühlte sich vollständig an. Eine Fusion aus Erfahrung und frischer Perspektive. Linkin Park war wiedergeboren. Chesters Schatten. Ein Erbe, an das man sich erinnert. Chester Benningtons Abwesenheit war spürbar. Sein Geist war präsent. Sein Vermächtnis schwang in der Musik mit. Die Band zollte Tribut. Subtile Gesten. Emotionale Performances. Sein Andenken wurde geehrt. Das Konzert war eine Feier. Seines Lebens. Seiner Musik. Seines Einflusses auf die Welt. Band. Chesters Schatten war groß. Aber seine Erinnerung beflügelte das Feuer der Band. Sein Vermächtnis lebte weiter. Den Übergang meistern, auf die Sorgen der Fans eingehen. Veränderung ist nie einfach. Einige Fans äußerten Bedenken. Die Band hörte zu. Sie verstand. Mike Shinoda ging auf die Kritik ein. Er räumte die Herausforderungen ein. Er betonte das Engagement der Band, vorwärts zu gehen. Er sprach davon, Chester zu ehren. Und gleichzeitig die Zukunft anzunehmen. Die Botschaft der Band war klar. Sie gingen voran. Mit Respekt. Mit Dankbarkeit. Mit Hoffnung. Ein überwältigender Triumph. Ausverkaufte Shows und Charterfolge. Das Hamburger Konzert war sofort ausverkauft. Ebenso wie Shows auf der ganzen Welt. Die Nachfrage war unbestreitbar. The Emptiness Machine kletterte in den Charts. Ein Beweis für die anhaltende Anziehungskraft der Band. Ihre Musik traf immer noch einen Nerv. Das Comeback war ein Erfolg. Die Fans hatten gesprochen. Linkin Park war zurück. Die Zukunft sah rosig aus. Die Band war voller Energie. Die Musik war lebendig. Der Phönix erhebt sich. Die Zukunft von Linkin Park. Das Konzert in Hamburg war ein Symbol. Der Wiedergeburt. Der Widerstandsfähigkeit. Der unsterblichen Kraft der Musik. Linkin Park war aus der Asche aufgestiegen. Stärker. Entschlossener. Bereit sich der Zukunft zu stellen. Die Reise der Band geht weiter. Mit neuer Musik. Mit neuen Mitgliedern. Mit neuer Zielstrebigkeit. Die Zukunft ist ungewiss. Aber eines ist sicher. Linkin Park wird weiterhin inspirieren. Eine unvergessliche Nacht. Die Bedeutung des Hamburger Konzerts. Das Hamburger Konzert war mehr als nur eine Show. Es war ein Erlebnis. Ein gemeinsamer Moment der Katharsis. Fans verbanden sich mit der Musik. Mit der Band. Miteinander. Die Energie war greifbar. Das Konzert hinterließ einen bleibenden Eindruck. Eine Nacht, die sich ins Gedächtnis eingebrannt hat. Ein Beweis für die Kraft der Live-Musik. Das Hamburger Konzert war ein Meilenstein. Für die Band. Für die Fans. Für die Zukunft von Linkin Park. Die Verbindung mit dem Publikum. Die Kraft des gemeinsamen Erlebnisses. Das Gebrüll der Menge war ohrenbetäubend. Die Energie war ansteckend. Die Verbindung war unbestreitbar. Linkin Park und ihre Fans wurden eins. Vereint durch die Musik. Verbunden durch ein gemeinsames Erlebnis. Die Band nährte sich von der Energie der Menge. Die Menge reagierte im Gegenzug. Eine symbiotische Beziehung. Das Hamburger Konzert war ein Beweis für die Kraft der Verbindung. Die Kraft des gemeinsamen Erlebnisses. Über die Musik hinaus. Der nachhaltige Einfluss von Linkin Park. Der Einfluss von Linkin Park reicht über die Musik hinaus. Sie inspirieren. Sie verbinden. Sie stärken. Ihre Musik behandelt schwierige Themen. Psychische Gesundheit. Verlust. Widerstandsfähigkeit. Sie geben den Stimmlosen eine Stimme. Sie fördern ein Gefühl der Gemeinschaft. Ein Gefühl der Zugehörigkeit. Einen sicheren Ort für Fans, um sich zu vernetzen. Das Vermächtnis von Linkin Park ist mehr als nur Musik. Es ist eine Bewegung. Eine Kraft für das Gute in der Welt.